Zur Demontage der Ansaugbrücke ist ein geeigneter Arbeitsplatz zwingend erforderlich. Die benötigten Werkzeuge sollten bereit liegen und in einem einwandfreien Zustand sein. Die Befestigungsschrauben der Ansaugbrücke sind nach Herstellervorschriften zu lösen. Je nach Hersteller erfolgt dies reihum oder über Kreuz. Zuerst werden sämtliche Schläuche, Leitungen des Kraftstoffsystems und Kabel der Sensorik in der Ansaugbrücke entfernt. Beim Entfernen der Leitungen des Kraftstoffsystems ist austretender Kraftstoff sofort aufzufangen und gemäß den Richtlinien zu entsorgen. Achtung! Austretender Otto-Kraftstoff ist höchst entzündlich. Das Befestigungsmaterial der Ansaugbrücke ist gemäß den Herstellervorgaben zu lösen. Hierzu werden die Befestigungsschrauben mit einem geeigneten Werkzeug nach links gedreht. Nach erfolgreicher Demontage aller Befestigungsschrauben kann die Ansaugbrücke entfernt werden. Die an der Ansaugbrücke verbaute Dichtung muss nach Herstellervorgaben behandelt werden. Zumeist besteht sie aus Gummi und kann in einigen Fällen weiterverwendet werden. Die entfernten Bauteile sind geordnet und gereinigt abzulegen und für eine eventuelle spätere Wiederverwendung aufzubewahren. Zumeist Vielen Dank.